Hey Leute, in diesem Video für erstmal, wie man seinen Heckscheibenwischer eigentlich richtig wechseln kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeig dir den Austausch mal bei meinem 6er Golf, doch normalerweise funktioniert das Ganze bei den meisten Herstellern und Modellen relativ ähnlich. Und zuerst einmal müssen wir unseren Wischerarm von der Scheibe wegklappen. Je nach Modell gibt es bei der Befestigung jetzt hier zum Beispiel einen kleinen Knopf, den müsste ich jetzt mit dem einen Finger einmal reindrücken und gleichzeitig könnte ich meinen Scheibenwischer auch schon nach rechts hin abziehen. Bei mir schaut das Ganze etwas anders aus. Da muss ich nämlich meine Befestigung erst einmal etwas nach rechts ziehen, dass es auch gelockert wird. Und dann schaue ich mal, dass ich es noch weiter rüber bekomme, indem ich hier zum Beispiel etwas dran drehe. Das schaut schon relativ gut aus. Und wenn ich jetzt noch etwas weiter das Ganze aufbiege, können wir auch schon sehen, dass das Ganze ganz einfach hier eingeklipst war. Beim Einbau vom neuen Scheibenwischer gehen wir in umgekehrter Reihenfolge vor. Da müsste ich jetzt entweder diesen Knopf etwas eindrücken und meinen Scheibenwischer mal nach links drüben reinschieben, bis es Klick macht. Das geht relativ einfach. Oder aber wie in meinem Fall muss ich jetzt schauen, dass ich einmal diese Nase bzw. Halterung in meinen Scheibenwischer schon irgendwie reinbekomme. Bei mir hat es auch schon Klick gemacht und jetzt, wenn es drin hängt, kann ich diese Befestigung noch ganz einfach nach links drüben schieben und es sollte auch schon passen. Zum Schluss den Scheibenwischerarm wieder auf die relativ saubere Scheibe zurückklappen und dann haben wir auch schon unseren Heckscheibenwischer richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen neuen Scheibenwischer, egal für welches Automodell zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.